Ja, liebe gute Freunde, Bauer Asiem, Saat, Kartoffel, Kraut vernichten, zweite Spritzung. Die Sonne sollte scheinen. Als ich begonnen habe, war es noch ganz schön und jetzt ist schon überzogen. Das Mittelspotlight braucht mindestens drei Stunden Sonnenschein, um gut zu wirken. Ja, es ist jetzt 11 Uhr, 10 vor 11 oder 4. vor 11. Ich denke ja, bis heute Abend wird da noch genug Licht kommen, damit das gleichwohl wirkt. Und immer das gleiche Bild, in den Fahrgassen sind immer noch Wasserweste. Und mein Traktor, Räder, dreckig. Da muss ich nachher wieder Traktor waschen. So, Spritze ist leer. Jetzt wird noch ein paar Frischwasser gespült. Und der Rest wird dann noch bis nach vorne verdäht. Dann spritze ich dann nochmal den Rest raus. Hier ist ein Wunderglitter Frischwassertank, den ich zum Spülen benutzen kann. Und hier ein 20 oder so ein 15 Liter Tank, um die Kanister rauszuspülen oder Handy zu waschen. So, kann ich da öffnen, kommt da was ich raus sehe. So, die Sonne ist zurückgekommen. Gut, für meine Spritzung da, dem das Mittel Spotlight Plus braucht Licht, damit es wirken kann. Jetzt 12 Uhr, sofort essen gehen.